hallo tag 21 vom lego star wars adventskalender 2018 auf kernspieler wollen wir mal hoffen wir auf was gutes na gut irgendwas halt das die letzten paar werden jetzt auch noch schaffen aus der übung ich schaffe jeden tag acht stunden unter niedrigen bedingungen dann werde ich hier auch mal das hinkriegen ok dann versuche ich das zu kapieren hier alles schutzungsweise so oder welches mal draufkriege hier die sind schon alle gleich gut da kann man nichts falsch machen das sieht man schon das steht hier auf irgendwas grünem das macht gleich alles viel spannender natürlich not ich bin jetzt verwirrt gelappt moment das ist so wohl gedacht interessant das ist jetzt mal eher unüblich hätte ich jetzt nicht damit gerechnet ich bin jetzt auch nicht besonders toll wenn ich jetzt mal ehrlich bin aber hier so irgendwelche sind es wieder irgendwelche waffen scheiße oder öh gott hoppla hoffentlich fällt es mir nicht um die ganze zeit so ich bin jetzt ein bisschen wortkarg gibts zu aber ich muss mich hier konzentrieren halt weil damit ich jetzt diese hochkomplexen baugänge noch zu ende bringen kann weil diesen überfordern mich jetzt schon ein bisschen teilweise mein augenlicht lässt ja nach ich habe hier eine schlechte beleuchtung ist ja nichts neues und das ist echt das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor von der gewichtung her tatsächlich weil es fällt nach vorne um hoffentlich bleibt das jetzt nicht dauernd so weil das ist lästig aber hier haben wir na da kommt ein brauner drauf ok das sieht mir nicht auch nicht aus ob das nach hinten sehr viel gewichtiger gemacht wird mit dem was hier jetzt noch aufbauen soll aber schauen wir halt mal ich schwitze jetzt auch schon direkt das das strengt mich doch an doch das hält tatsächlich wer hätte es gedacht ich nicht offensichtlich aber das weiß ich schon das ist halt scheinbar offener ich würde mal sagen das soll irgendein großes eine hochkaliber bummel sein oder toll schon wieder waffen zeugs am fahrzeug sieht es nicht aus oder naja wie auch immer tag tag 21 es ist tag 21 bis morgen tschüss so 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 so